So, hier sind wir dann auf dem Hauptplateau angekommen, das ist der Schachtbrech sozusagen, damals war es wirklich eins, das ist nach Roman Robinson übernommen worden. Auf den Schoß meistens, da hinter euch ist eine kleine Kabine, eine Musikkabine, da ist der Stütter drin, da kann man Musikbücher abgeben, rechts bei dem kleinen Spieleschrank, wo er Spiele ausleihen kann.